Ich sehe das nicht gerade beim Rasieren der Kopfhaut. Scheiße, wer das glatt an, er legt mich am Arsch. Ah, mein Friseur! Was ist hier? Scheiße, das wird jetzt echt kurz. Aber ja, er möchte es so haben. Du hast mich überredet. Ich mache es langsam, ja? Ich denke mal. Geht aber nichts mehr. Doch, doch. Ich mache es extra langsam. Ich mache es auch da. Scheiße, das ist glatt. Das ist jetzt schon glatt, Alter! Das ist jetzt schon Kopfhaut! Das soll nicht mehr. So nicht mehr. Was soll denn noch mehr runter tun? Da geht schon noch mehr runter. Nur da wo noch Haarwurzeln ein bisschen ist. Scheiße, geht da viel runter. Leg mich am Arsch, ey. Mit dem Rasierer kriegst du ja viel mehr runter. Alles Haare, was da verschwinden. Und du sagst, da geht nichts runter am Arsch. Da geht was. Da geht nur noch Platten runter. Ich habe Angst, dass du das schneidest. Nee, ich mache es auch. Ich mache da mal ein Bild. Dann wirst du schon sehen, ob da was runter geht oder nicht. Alter! Jetzt bin ich halt. Jetzt bin ich halt. Jetzt bin ich halt Art Skinhead. Aber nur ein Strich machen. Und dann nächste Reihe. Nicht in das Trockene noch mal rein. Und dann schneidest du natürlich. Hallo! Habt ihr gehört? Fick die Scheiße. Der Rasierer rasiert mir gar die Platte. Das ist der Wahnsinn. Ich meine Platte ist fertig. Ist das auch mehr weg? Alter. Viel Spaß. Jetzt hast du gar keine Haare mehr. Nee. Es dauert lange, bis es wieder nachwachsen ist. Der Schräger hinter mir. Jetzt hast du gar keine Haare mehr. Viel Spaß. Kannst du einen Schräger fragen? Jetzt hast du nur noch eine blöde Glatze. Eine Glatze, ey. Naja. Naja. Klasse. Da geht's mehr, Alter. Ja. Da hast du halt gar nichts mehr auf den Schäge. Die Ideeniker denken sich dann auch was. Das reicht, glaube ich, bis November. Alter, brauchst du echt nichts mehr. Der hält, das hält bis November, oder? Ich glaube schon. Vor allem mit Sicherheit, Alter. Das ist nur noch mit Rasierer, ey. Ich weiß wie kurz das ist. Das ist jetzt Null. Das ist jetzt Null Millimeter. Da geht gar nichts mehr. Ist das auch noch was? Ja, das trink ich schon noch alles weg. Glaub ich's mal. Das musst du seitlich machen. Jawoll. Ich muss einfach mal nicht mehr schaffen, verletzt zu werden. Die ganze Reihe von verletzt zu werden, Alter. Das ist glatt. Jetzt ist es mehr als glatt. Jetzt darfst du nur keine Geschwindigkeit trägen von der Sonne. Weil ich hab immer von der Sonne Nasenbuten getrickt. Wenn ich's so glatt mach. Scheiße, da ist halt gar nichts mehr auf dem Schäge. Jetzt ist der neue Naseband. Neue Naseband haben wir hier. Wir haben einen Polizisten im Haus. Wichser, Alter. Scheiße, Alter. Neue Polizisten im Haus. Das geht aber gar nicht. Ohne Predezias. Polizisten haben hier im Haus nichts zu tun. Die haben im Büro was zu tun, aber nicht hier. Wie dein Vater. Jetzt, Alter, Alter. Das sind nur Platten, Alter. So machst du's mir. Jawoll. Jawoll. Also. Schau mal her. Fass mal über die Platten, Alter. Da geht nichts mehr. Fass mal drüber. Da geht nichts mehr. Ne. Da geht's was, Alter. Ich bin jetzt bei der Naseband. Ist Kf grad drauf? Kannst du dich bei Nasebandding anstellen? Kannst du für ihn arbeiten? Das ist eine neue Naseband. Da muss man kurz am Sven zum Werden gehen. Und was sagst du zu meiner neu polierten Glatze? Ich bin der neue Naseband. Braucht immer Hilfe. Ich bin heute im Dienst. Ja, Mann. Sieht ihr meine Platte? Ja, sieh aus. Wirklich wie der Naseband. Oh, Mann. Da geht gar nichts mehr. Vorbei. Ende aus. Oh, Mann. Ende aus. Vorbei. Da geht gar nichts mehr. Jetzt musst du bloß noch ein Hakenkreuz reinritzen. Da geht gar nichts mehr. Was willst du nur reinritzen? Bist du bl...